Hallo und willkommen bei einem neuen Projekt, The Longest Journey. Ich wollte ja eigentlich Dream for The Longest Journey spielen, das ist mir aufgefallen. Ist ja gar nicht der erste Teil, es ist ja der zweite. Nein, wir spielen erstmal jetzt noch ein Point-and-Click-Spiel, obwohl ich noch Deponia laufen habe. Und naja, es ist halt so, wir machen das mal einfach noch. Deponia macht mir nicht so viel Spaß momentan. Es ist sehr viel älter hier das Ganze. Ihr seht schon, das Spiel ist von 2001. Ich bin mir nicht mehr sicher. Gerade so aus den 90ern raus und... Aus den 90ern meine ich, das ist mir egal. Und ja, es ist mystisch. Wir müssen uns das einfach angucken, Leute. Damit wir dann die nächsten Teile spielen können, die richtig, richtig geil sind bestimmt. Die Bilder sehen schon alleine so krass aus. Ohne Scheiße, ich habe zwei Stunden gebraucht, bis ich das hier alles so zum Laufen hatte. Bin auch ganz froh, dass ich gerade keine Punkte mehr sehe. Äh, das hat mal so ein Problem, dass die Mauszeiger so, also so Mousetrails hatte ich. Ich gucke kurz noch eben. Untertitel haben wir auch an. Ist ganz wichtig. Ja, ich kann es euch ja mal zeigen. Game-Settings, ne? Das ist es. Mehr gibt es da nicht. Und deswegen habe ich nochmal ein paar Extras eingestellt. Ich hoffe auch, dass wir keine Glitches, keine Bugs oder sonstige Sachen haben. Ich habe ein paar Sachen hochgestellt von den Grafiksachen. Ein paar komische Sachen runtergeladen, um ein paar neue Ordner zu erstellen und Sachen zu speichern. Und ihr wisst nicht, was ich alles gemacht habe. Ich hoffe, dass es sieht ganz gut aus insgesamt. Und dass wir keine Fehler haben werden. Das ist für mich das Wichtigste, ne? Ja, wir beginnen die Reise und sind gespannt. Prolog. Ein Löwe ist in den Straßen. So eine runzlige Alte, ne? Sieht aus wie Yoda. Ja. Ich bin eine alte Frau, aber ich lebte eine lange und erfüllende Leben. Und ich habe historien zu erzählen. Welche historien würdest du erzählen? Eine wirkliche Geschichte? Eine wirkliche Geschichte. Alle meine historien sind wirkliche, Kind. Es sind schon genug fairy-tales in der Welt bereits. Es gibt keine Verhältnisse für mich mehr zu machen, glaube ich. Wir erzählen uns die Geschichte der Balance, dann. Die Balance. Oh, du willst die Geschichte der Balance? Oh. Oh. Das ist eine lange Geschichte, Kind. Eine lange Geschichte, oder? Oha. Die sehen ein bisschen zu alt aus, um sich eigentlich Geschichten anzuhören, aber... Ja, ja. Ein dunklen Turm. Oh, richtig fancy, richtig schöne Cutscenes. Geil. Erinnert mich so ein bisschen an Fluch des Baphomets. Von daher bin ich auch richtig gespannt, was uns hier alles erwartet. Schöne Rätsel auf jeden Fall. Ja. So ein Alter, der uns eine Geschichte erzählt, ist erstmal ein guter Einstieg in so eine Geschichte. Ja. Doch. Funktioniert immer. Und... Ich würde gerne wissen, was da passiert. Das sieht ganz komisch aus. Insektel? Hm. Was ist das? So ein Bilderratending, ne? Was geht da nur vor sich? Alle gucken auf den Penis, den er nicht hat. Glatzköpfiger alter Mann. Blauen leuchtenden Augen. Und fliegen kann er auch noch. Ist das quasi der Drache, der seinen Schwanz verschluckt? Sehr mysteriös. Ja, willkommen in der Zukunft. Ups. Na toll, da stehen wir. Ja. 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 Geil. Sie regt sich ja schon auf, ne? Ja, scheinbar hat die immer einen unruhigen Schlaf. Äh, April ist das hier? Was für fette Socken, die da schläft. Aber ich auch. Wenn es kalt ist, ne? Solche schönen Warmkuschelsocken. Dann... Können wir uns einfach nur die Landschaft angucken. Mehr haben wir gar nicht. Oh. Sieht auch böse aus. Ah. Guck mal. Das sind die blöden Maustrails. Das würde ich auch gerne zeichnen. Also solche Bilder machen mir echt Spaß zu malen. Aber was haben wir denn hier noch? Können wir hier gehen? Ah, sehr schön. Gibt natürlich auch keine Hutkeys oder sowas, dass man sich hier auch was anguckt, ne? Das ist schon ein bisschen schwieriger hier. Hier, wo sie recht hat. Äh. Ist das ein Ei? Okay. Dann können wir es uns einfach... Ah, okay. Hier sind Sachen, wie wir interagieren können. Wir nehmen das. Das heißt, wir brauchen irgendwas um das hochzunehmen. Auf jeden Fall. Hier oben haben wir auch so ein Inventory. Natürlich leer. Optionen. Wir können mal gucken. Können wir Sachen angucken. Videos noch mal angucken. Erst apropos Video. Ich bin ja hier oben in der Ecke. Und... Wird gern wissen, ob ihr mich woanders sehen wollt. Also... Ich geb mich jetzt hier an die Kante gesetzt, damit ich hier nicht oben da so stehe. Ich find das komisch, wenn ich hier so... was nichts habe, so im Prinzip. Ich kann mich aber auch hier unten hinpacken. Oder... ganz unten... Ja. Müsst ihr mir mal sagen, wie ihr es haben wollt. Guckt uns einfach den alten Baum jetzt weiter an. Ich bin ein Artist. Nicht ein Botanist. Aber ich bin ziemlich sicher, dass dieses Baum tot ist. Wir sind nahe zu ihm. Ich merke zumindest ihre Stimme. Natürlich gibt es auch keine deutschen Ausgaben oder irgendwas. Können wir den Zweig erstmal abbrechen? Die können wir bestimmt benutzen. Sieht so verdächtig aus. Tut mir leid. Wollte ich echt nicht. Also wenn wir jetzt richtig richtig böse, schätze ich... ... Ich würde es nicht nur aufbauen. Ich würde es nicht so verdächtigen. Ich würde es nicht so verdächtigen. In der finale Passung zu dem. Wir? Ich würde nur einen von euch sehen. Wir sind nur mit unseren Host. Wir sind mit unseren Host. Wir sind alle ein Spirit. Wir sind aber nur Legium. Wir sind alle ein. Ja, danke, dass du das abrufst. Wir erwarten dich nicht zu verstehen. Du bist menschlich. Keine Ahnung, ist mir eigentlich relativ egal. Das Kind? Oh. Ach, deswegen. Mach die denn ja scheinbar echt fertig. Also war da tatsächlich ein Krieg, aber ich weiß nicht wer genau. Okay. Aber wir können das doch machen. Jetzt erkenne ich erst langsam ein Gesicht hier drin. Guck mal, das könnten Augen sein. Das ist so markant. Das ist vielleicht hier die Nase und darunter der Mund oder sowas. Ich die ganze Zeit versuche da auch was zu erkennen, auch. Aber ich hör welches. Die ganze Zeit schon. Die ganze Zeit schon. Okay. Was ihr meinte, wir sollen jetzt nicht wirklich helfen, aber... Ich werd mal eben noch speichern. Oberspeichern. Ach, da oben ist das Menü. Ähm. Das ist nämlich ganz wichtig hier. Falls irgendwas nicht richtig geht. Ähm. Da wollen wir nicht hin. Ach, hier ist das Nest. Okay. Dann können wir mal versuchen, mit dem Zwei... Like... Das Ei zu schieben, oder? Scheint nicht so wirklich... Wie das flimmert, wenn ich das drüber halte, ne? Okay, das ist es schon mal nicht, schätze ich. Dann gehen wir zu dem Wasser. Da ist nämlich der kleine Bach. Und wir könnten... Ist da ein Stein? Ja, und wir brauchen jetzt irgendwas, um das wieder wegzumachen im Prinzip. Also... Eine Brücke bauen. Ich schätze aber nicht, dass das hier reicht, wenn wir wieder den Ast hinpacken. Es leuchtet so verdächtig miteinander. Hä? Haben wir jetzt das Dach angesetzt? Und jetzt? Bin sicher doch. Okay, mal gucken, was wir hier noch so finden. Noch mehr Steine. So, weiter wegklicken. Den Stein haben wir uns jetzt schon angeguckt, aber können wir hier noch auch was von dem Baum machen? Äh, nicht auf die gleichen Stelle drücken. Dann gucken wir uns mal das Nest an, würde ich sagen. Schön. Also ich merke irgendwie ihren Akzent auch sehr. Huch! Komm hin, nimm mit! Bitte! Schein! So können wir das jetzt nochmal... Weiß! Du-du-du-du-du. Sieht auch perfekt aus. Und dann... ...packen wir das da einfach rein. Schein Schaft! Wie der abgeht, ne? Ah, der holt sich aber schnell. Ja, genau. Jetzt können wir mit ihm sprechen. Aber da hast du schon ordentlich. Aber da hast du schon ordentlich. Da hat er sich ein bisschen sehr über sein Wasser gefreut, ne? Achso, sind das nicht seine Wurzeln, die die festhalten können? Oh, Gott sei Dank. Oh, 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 oh. Sieht aus wie so ein Eisvogel. Oh, er wurde irgendwas vorgestoßen. Hab ich gesagt Vogel? Ich meinte Drache. Was soll ich sagen? Die Breach und die Menden. Die Schmerz und die Joy. Die Ende der alten und die dawnen der neuen. Eine andere Welt. Ich bin die Mutter von was ist. Aber du... Du bist die Mutter von der Zukunft, die noch nicht sein kann. Wie will ich wissen? Wie will ich wissen, was ich zu tun? Ich will guide you. Und ich will protect you as much as I can. Aber in the end, you are on your own. Ich bin Angst. Du war immer mein Kind, mein Daughter. Oh, oh. Das ist wahrscheinlich nicht eine gute Sache. Das sieht krass aus, ne? Jetzt mit ihm streift, das finde ich ein bisschen blöd. Sieht krass aus, ne? Jetzt mit ihm streift, das finde ich ein bisschen blöd. Sieh. Na toll. Kapitel 1. Penumbra? Ist das bei Umbra-Hexen oder was? Das ist kein Wunder, ich werde diese wunderschöne Träume haben. Ich habe quasi in meine eigenen Wälder jede Nacht diese letzte Woche geblieben. Es sieht nicht aus, wie es irgendwann bald wieder kohlen wird. Es ist ein anderer Sonnigendag in Newport. So, nein, wir dürfen noch nicht. Es ist eine gute Sache, dass das Studio ein properer Auerkonditioner hat. Ich habe mir gezwungen, dass ich die meisten der Tag arbeiten werde. Und ich will nicht, diese Wälder, nicht diese Zeit. Ja, das sagt man sich immer, ne? Okay, wir sind aufgewacht in unserer komischen futuristischen Newport-Stadt. Was haben wir hier? Eine Cashcard. Quasi Kreditkarte. Okay, finde ich gut, finde ich gut. Können wir gebrauchen. Ich habe da auch so eine Pflanze. Ich habe kaum gegossen, weil ich mich kaum drum kümmere. Ähm, Bild. Ich dachte, wir dürfen das jetzt sehen. Ich spreche jetzt mit unserem Tagebuch. Mach die da so. So. Gefällt mir jetzt schon ziemlich gut. Ich bin echt gespannt, was ihr davon bisher so haltet. Äh, fangen wir an. Wir könnten uns einfach etwas anziehen, oder? Obwohl Unterwäsche... Naja. Was haben wir denn hier? Äh, so viel auch nicht, ne? Ja, so wie sie hier drei grüne Tops hat, habe ich auch nur zehn schwarze Tops drüben hängen. So. Oh nein, so ein unheimlicher blöder Affe. Den haben wir eingepackt. Ja, ist ja auch immer so. Ja, ist ja auch immer so. Okay, wer weiß, was sie durchgemacht hat. Na gut, dann lassen wir das mit dem anziehen. Ähm. Gucken wir uns die Bücher an. Ja, ist sehr schön. Fehlt also noch der Richtige? Ich finde das ziemlich alten Motto, aber ich finde es auch ziemlich cool. Okay, dann wollen wir hier einfach weiterarbeiten dann. Dann... So blöder Spielzeugaffe, ne? Packen wir den mal auf den Tisch? Nicht? Wird sie das albern? Na gut, dann gehen wir halt. Ja, das ist ja... Mach doch... Okay, dann so. Mit dem Arsch, aber wirklich, ne? Ja, quatschen wir mit dem Typen hier noch. Hm. Hm. Joa, da geht er. Scheinbar. Scheinbar können wir die nicht so leiden, ne? Scheinbar. Also richtig gar nicht können wir ihn nicht leiden. Und da hinten ist Charlies Apartment, da geht's runter. Free Access Terminal. Das würde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ja. Ja. Aber wie ging er damit? Ah, toll. Ach, nach Tippen, wie altmodisch. Oh, das ist ja richtig nervig. Ach, nach Tippen. Ach, nach Tippen. Ach, nach Tippen. Was? Was ist das? Okay, Leute. Ähm. Ja. Ich will eure erste Meinung hören. Wir beenden den Party an der Stelle. Ich bedenke mich fürs Zusehen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.